Da ich jetzt eine Aufmerksamkeit hätte und alles schleimig, ich bin der Wollre und das hier ist mein Kanal. Scheiße, das war meine Mutter. Hier findest du Let's Plays, aber auch Kurzfilme, Commentaries oder sogar Teamspeak-Trollings. Ich habe dich neugierig gemacht, dann pass mal auf. Oh Gott, nein! Dr. Fischers Dritten. What the fuck? Der Hashtag Freiheit war und ist in fast allen Social Networks gerade sehr stark vertreten. Wenn du es neugierig geworden bist, kannst du gerne mal bei einem meiner Projekte vorbeischauen. Oder wenn ich dich sogar schon überzeugen konnte, kannst du auch gerne meinen Kanal abonnieren. Ansonsten würde ich mal sagen, sehen wir uns bei irgendeinem Video wieder. Bis dann, bleib schleimig und tschüss! Hashtag Jasen Chris